Der Walisische Nationalspieler Gerrit Bale von Real Madrid will die Königlichen verlassen. Wechselt Gerrit Bale zur kommenden Saison zum FC Bayern? Der englische Mirabel erfahren haben, dass der neue FCB-Trainer Niko Kovac den Transfer des Real-Stars als oberste Priorität ansieht, dürfen sich die Bayern-Fans also auf einen 100-Millionen-Einkauf freuen. Wohl kaum. Der Champions-League-Held der Königlichen, der im Finale gegen Liverpool einen Doppelpack erzielte, passt nicht in die Transferstrategie des deutschen Rekordmeisters. Vor allem Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt mehrfach betont, dass sich die Münchner auf dem internationalen Transfermarkt zurückhalten werden. Auch laut Sportbild sind die Gerüchte aus England aus der Luft gegriffen. Zudem steht noch nicht einmal fest, ob Bale tatsächlich Real im Sommer verlassen wird. Real sucht weiterhin nach einem Nachfolger für Zinedine Zidane und der neue Trainer dürfte die letzte Entscheidung über die Zukunft von Bale haben. Vorher wird in der Sache keine Entscheidung fallen, sollte der 28-Jährige das Weite suchen, wäre nach derzeitigem Stand Manchester United der Favorit. Punkt. Mut für ihre Überlegungen den walisischen Meister nach Old Trafford zu locken.